Jetzt allerdings, ich hätte jetzt eben einen Fehlversuch beim Hardcore-Let's-Play, Hardcore hier, und da hatte ich da, wenn ich direkt in ein Lava-See gespawnte, direkt in Lava-Ozean. Weitere Weltoptionen hatte ich einfach unberührt, aber ich scheitere meistens immer dem Hungertod. Sonst müsste ich das mal machen, dass ich irgendwie mit Cheats rein kann, dass ich dann erstmal, dass das eigentlich normal nicht geht, also normal kann man dann Cheats nicht anstellen. Ah, ich spawn erstmal hier, diesmal in einem Wald und nicht in, was wir da so schnell sagen, hier. Holz abbauen hier. Nicht, dass ich wieder vom Hungertod sterbe. Weil, wenn ich mich schon... Ich glaube, wenn ich mit Hungertod sterbe, innerhalb einer Stunde, werde ich das direkt mal als ein Part machen. Erstmal hier eine Spitzhacke direkt mal erstellen. Wo ist denn die Kraftdenken? Ja. Oh, ich hab da ein Schwein. Oh, da sind viele Schweine. Dann mach ich... Dann sieht's eigentlich ganz gut aus hier für ein Hardcore Beginn. Also für Hardcore ist das natürlich perfekte Bedingungen. Also die Hard... Für den Hardcore-Letspacer ist das natürlich ideal. Man muss natürlich erstmal ein paar Steine auch abschlagen hier. Also Cheats werde ich hier überhaupt nicht brauchen. Wenn ich den hier schon reingrabe, dann werde ich am besten das hier... ...schmal als ersten Unterschluck verwenden, ne? Eine Steinsbetrecke schon erstmal erstellen. Prozent dann geht man noch ein paar Scheine ab Oh! Kohle! Das ist auch noch besser hier! Direkt nicht auf die Kohlevorkampfstoße! Besser kann eigentlich Hardcore Let's Play gar nicht beginnen! Wir wollen natürlich noch ein Schwert und eine Axt brauchen wir natürlich auch genug und ein Schwert hier Schafe sind hier genug Die droppen ja auch Fleisch Also haben wir Fleisch droppen die ja Jetzt habe ich da ganz viel Nahrung zur Verfügung Und jetzt werde ich auch mit der Axt hier erstmal noch ein paar Bäume abbauen hier Hier sind aber ganz viele Schafe als mit Schweinen Dann werde ich erstmal keine Nahrungsprobleme haben als bei Minecraft Katze Mais Könnt ihr auch gerne sehen Da hatte ich drei Parts lang kein Hunger Aber da ich auch normal gespielt habe Dann bin ich nicht direkt gestorben Ich bin ständig wegen dem Hungertrug gestorben Hardcore wäre es natürlich schlimmer wenn man dann den Hungertrug stirbt weil dann die Weltkiller schwirrt Aber ich habe natürlich erstmal keine Nahrungsprobleme Was mich natürlich erfreut Hier ist eine ganz schöne Welt Die ich hier erhalten habe Ich darf natürlich nur nie sterben Wolle habe ich natürlich jetzt auch bekommen Durch die Schafe die ich hatte Und jetzt erstmal ein Bett herstellen Kann ich schon mal direkt machen Weil ich dann kann ich nämlich die Nacht direkt schon mal überspringen Und eine Tür hinsetzen Eine Tür ist jetzt auch da Was wollte ich jetzt denn noch machen Mit der Holzbezacke erstmal noch ein bisschen weiter abbauen hier Die will ich nämlich erstmal noch aufbrauchen Oh Wasser Ich packe jetzt mal mit dem Cobblestone hin Der ist schon mal ein netter Hardcore-Begeben hier Werde ich jetzt mal auf der Höhe lassen Und jetzt ist die Holzbezacke schon mal kaputt Das ist schon mal den ersten Erfahrungslevel Schon mal ein guter Unterschlupf Das ist schon mal ein guter Unterschlupf Bett könnte ich auch schneiden Sonst würde ich auch draußen in die Welt Einfach mal in der Schrift zu 50 Abos hin platzieren Das ist schon mal ein guter Unterschlupf Ich werde das hier alles auf 5 Blöcke Höhe machen wir nicht Wir werden hier ein paar blöcke platzieren zum schutz dass er keine monster durchkommen 50 abonnenten natürlich da ist es natürlich für ein hardcore let's play ein perfektes beginn perfekter start vielleicht kann er noch eine hacke machen schonmal wir brauchen jetzt noch ein holz eine hacke die auf stein stein hacke und auch noch aus den restlichen drei sticks noch mal hier hacke herstellen dass sie jetzt nicht hell genug ist dass sie auch ein bisschen auskleiden als erst jetzt nametag gleichmäßiger werden lassen viele schweine wenn man versuchen auch zuzusehen auf eisen zu stoßen damit man nicht sowieso die samen anfarben kann haben wir schon zieht es nein noch nicht weil ich dann erstmal natürlich in der nähe das wasser da vorne hier ist eine wasserquelle dann kann ich dann hier so um die wasserquelle rumbauen dass dann hier ein karm lang entsteht und am ersten tag kann ich dann noch ein bisschen was zu machen den schimmatiergewicht frei zu graben damit ich vielleicht auch mal schon die züchten könnte die erste spitze darauf gebraucht und muss auch natürlich ein bisschen mehr weil wir hier natürlich das noch auffälliger werden lassen und den zugang vereinfachen also erstmal hier natürlich noch weitere spitzhacken erstellen erstmal eine weitere spitzhacke und eine weitere schaufel erstellen hier ich kann noch nicht schlafen und ich kann ja auch im ofen herstellen hier der ofener kann erstmal hier hin hier kommt das schon mal rein heiße angelegenheit habe ich erzählt die scharf lasse ich da hinten in Ruhe und ich war dass man dunkel wird so langsam kommt die dunkelheit dann warte ich jetzt mal ein paar bisschen ab hier also was ich brenne werde ich ja wohl jetzt kann ich hier schon mal eine erweiterung machen um einen block kackel nochmal neu setzen wasser sehe hier wir sollten am besten keine monster spawnen das lässt sich auch mal eine fackel rein so jetzt müssen wir so ein bisschen zu und jetzt schlafe ich erstmal ein wenn wir jetzt mal die monster nicht so spawnen brauchen die erde abbauen hier wie viel flieger oder zombies oder sonstige monster nicht nein 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 da haben wir mal einen zugang heraus schon mal ohne eisen laut stellen wir mit leider die eine akzeptable, dann komme ich hier nämlich besser nach oben, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Hungerspunk verloren schon, der eine Hungerspunk ist ja noch eigentlich gut auszugleichen, man war ja hier am Graben, nein, da war es nicht, wo hat man mal gegraben, hier war es doch, da wollte ich ja hier erstmal das hinbauen, und dahin, da kommt jetzt mal hier nämlich die Erde hin, Kohle kriege ich dadurch auch gleichzeitig, dann ist es ja doppelt nützlich, weil ich hier auch Kohle bekomme, diese Wasserquelle hier zu einer Weizenfarm umbauen, und lassen, dass wir es vollständig zubauen, damit da nämlich keine Monster drunter spawnen können, lassen wir jetzt hier 1, 2, 3, wohl anfangs muss man nicht direkt 4 Blöcke haben, hier, jetzt ist jetzt mal eine Erde aufgebraucht, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr holen, aber jetzt mal hier, wo die Damen noch oben drauf sind, ich werde jetzt nochmal was wir bekommen hier, oh, ich kann ihn abbrechen, dann ist mir die Nahrung irgendwie aufgefüllt, aber da hinten ist bestimmt eine Monsterspawnstätte, jetzt geben wir hier den Seed an, das ist nämlich das Seed, und da die Koordinaten, weil sie nämlich selber die selbe Welt ausspielen wollen, weil da hinten, da ist schon mal eine Monsterspawn-prächtige Gegend, da können die eventuell spawnen, hier sind aber so viele Schweine unterwegs, das ist schon ganz schön eine Menge, wie viele Samen habe ich denn, bisher zwei habe ich denn da nur, zwei Samen, so habe ich diese Wasserquelle, die natürlich existierte, und ich kann das natürlich direkt machen, also ich lege erst mal das Beginn, beim Hardcore Let's Play habe ich ja, das hier mein erstes bisher, wenn ich erst mal gescheitert wäre, dann hätte ich wahrscheinlich erst mal, also wenn ich gescheitert wäre, dann würde ich erst mal das anders machen, dann würde ich nämlich erst mal ein zweites, nein, nicht Custom-Leiter, doch mal ein paar Samen bekommen, hier kann ich ja Samen bekommen, hier kann ich ja Samen bekommen, wow, das ist perfekt, hier müssen wir die Welt abräumen, hier müssen die Welt von abräumen, 6 Samen sind gekommen, den damen erst mal getreide züchten kann das getreide ist dazu darum 13 sagen da kann ich hier 13 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 feld aber beackern dass hier schon mal direkt wachsen kann ein wenig ich kann noch ein extra beackern hier sind schon 234 das passieren natürlich jetzt noch ein bisschen weiter graben hier muss ja auch irgendwo eine gegend festlegen wollte zum beispiel den schwein oder so züchten würde also schweine zucht oder schaf zucht wo ich alle schweine oder schafe züchte um an nahrung zu kommen das unendlich lange weil ja weil man die ja immer wieder nachzüchten kann und getreide ist ja auch züchtbar also man kann auch auch da ja holz führen deswegen werde ich erstmal noch den rest erstmal hier noch ein paar bäume abholen ich habe ja noch drei stück rohes hammelfleisch das ich noch beraten kann ich glaube das wäre günstiger für zwei holzblöcke zu geraden als anstatt einen kohleblock da vier brennvorgänge zu verschwenden zwei holzblöcken würde ich das nämlich voll ausnutzen das ist ein detail reicher und setzlinge kann man auch gut gebrauchen weil man meistens immer wert in der eichensetlinge spricht wie auch zum verbrennen kann also was man dann weil die kann man fast schon sagen entsetzliche setzen gegeben und ab und zu geben die auch äpfel die äpfel sind natürlich auch zur nahrung gedacht und dann geht noch nicht unter aber Nahrungsprobleme werde ich erstmal nicht haben ich warte mal kurz, was das hier verfallen ist hier ich gebe mir da sehr viele Setzlinge ich gehe mal kurz erstmal ins Haus zurück und werde da erstmal ein paar Zäune craften und ein Zauntor, damit ich dann nämlich die Schweine züchten kann die ist hier schon ein bisschen ein faszinierter Eingang in mein Haus mein Haus selber muss ich natürlich noch ein bisschen anpassen hier Kohle ist hier sogar auch noch oben drin und ich wollte ja noch den 50-Abo-Schriftzug noch machen in den jetzt ersten Teil danach werde ich den erst beenden ich packe jetzt mal das Hamelfleisch rein Apfel esse ich auch erstmal und ich wollte hier erstmal Zäune craften dafür brauche ich erstmal aus dem 64er Stack hier erstmal Sticks raus zum besten komplett zu voll 32, 32 ein Zauntor und da brauche ich noch ein paar mehr Zäune und da brauche ich noch ein paar mehr Zäune und mach ich mal einen 64 Stack schon mal voll aber ich kann natürlich mein ganzes Holz auch aufbrauchen weil ich dann sowieso noch ein bisschen Birkenholz habe und jetzt mal gucken ob ich schlafen kann ich kann auch nicht schlafen es ist noch nicht dunkel draußen die Sonne geht aber hinter dem Berg schon unter aber erstmal würde ich hier ein Gehege hinbauen das kann ich an dem Tag ja noch schaffen obwohl ich brauche jetzt erstmal nicht alle 64 Stäune na jetzt ist das natürlich wegen dem verbaut jetzt wird es dunkel jetzt muss ich mal schnell rein bevor die Monster spawnen rein erstmal und schlafen und würde ich die Nacht nämlich unbeschadet überstehen kann jetzt tauchen auch schon die ersten Sterne auf und kann ich damit schlafen hab erstmal so ein paar Erfolge erzielt hier und gehe erstmal wieder raus in die Welt ohne Monsterplagen zu haben hier weil Monsterplagen werden nämlich hier bei Hardcore Modus das ist nicht profitabel Monsterplagen hier habe ich noch ein bisschen Erde und ich habe die Uhr jetzt hier in zwei Stacks aufgeteilt warum auch immer ich guck mal ob wir wirklich von Monster geboren sind da ist ein Zombie aber der Zombie hier ist der brennt da natürlich weil ich jetzt oh Creeper ein und ich war ein Skelett äh in Creeper wie kann ich den am besten bekämpfen hier sind doch so ein paar Monster gekommen Monsterjäger das Skelette hier vermute die hier unter dem weiß ich auch schon wieder zwei Siebs gekriegt die letzte vermute ich mal da unten drunter so ein paar Monster spawnen die doch schon das sehe ich mich im Moment darin noch nicht gefährdet ich muss natürlich erstmal hier erstmal ich muss natürlich erstmal ein Schlau vor hier rein um das schon mal das das Schweine im Wald einlocken zu können und jetzt erstmal noch kurz dahinten zu den abgehäubten Bäumen gehen höhlen erforschen höhlen erforschen will ich natürlich im Hardcore nicht machen einfach zu riskant würde ich sagen wir legen jetzt mal mehr Setztlinge rum im Hardcore ist das um einfach zu riskant das zu machen würde ich sagen hier ist der fein auf der Blätter ein Eichenlauf hier da liegen keine Äpfel mehr rum also es sind keine extra Äpfel gedroppt aber ich hab zumindest da sollen die ganzen Schweine mal gezüchtet werden also Schafe kann ich ja sowieso ohne Züchten auch unendlich Wolle kriegen wenn man die einfach immer schneidet Eisen ist sogar auch farmbar also hier ist jetzt nochmal das Hammelfleisch fertig und jetzt erstmal kann ich auch noch ein paar Truhen erstellen erstmal noch eine Truhe hin und dann schmalle Koppelstein da rein zu packen was ich im Moment nicht brauche obwohl die Koppel die Koppel kann ich eigentlich zu 50 Abos umbauen hier weil ich da so 50 Abos Schriftzug hinschreibe oder sozusagen machen wir 50 Abos das Schriftzug hinschreibe die Koppelstein euhhh das habe ich gerne gemacht oder? ich habe es gemacht da? nein Da ging plötzlich mal hier jemand rein. Ich wollte gerade die 50 Abos schriftlich machen hier. Oh, die 50 mache ich ein bisschen größer. Oder die Zahl mache ich größer. So in der Größe. Mit Erde mal hoch und runter bauen. Und sich nicht per bauen. Das ist eine Schaufel auch gebraucht. Ich muss eine neue Schaufel und eine neue Spitzhacke machen. Schaufeln nicht unbedingt notwendig, aber eine Spitzhacke braucht unbedingt eine neue. Wo geht es denn rein? Hier geht es rein. Und wenn ich die 50 Abos schritte, werde ich vielleicht an dem Tag noch schaffen. Ich bin ja jetzt am Tag 3. Wenn ich den vielleicht noch fertig bekomme. Also jetzt muss ich... Zwei neue Werkzeuge machen und eins ist doch zu viel reingepackt. So, erstmal weiter machen hier die 50 Abos schritte zu viel hinzuschreiben. Und dann wird natürlich gerade wieder kurz unterbrochen. Wie lange ist das denn hier? 1, 2, 3, 4. Ich werde es mal 1, 2, 3, 4 auf. Dann kannst du 1, 2, 3 hoch bauen. 1, 2, 3 hoch bauen. Die 0 muss natürlich genauso groß sein. Die 0 sollte genauso sein wie die 5. Wie komme ich jetzt hier am besten runter? Nackt sein, bevor es verletzt ihr. aber dieses verletzten ist nicht so schlimm, als wenn man sterbt, spielt. 50, hier ist schon mal die 50 hingeschrieben. Mit Abos hier, ein Client A hier machen. Diesmal machen wir das mit Abos mit dem Client A hier, so ein Client A, das hier mit dem Client B, da hin, natürlich. Ich muss natürlich hoch, bin ich nun weiter flach machen gegeben. Okay, noch ordentlich sieht es wieder zu. Das heißt, das A, B, O, dann kommt das O. So, einfach mal die Client A hier. Das müssen wir jetzt mal hochbauen hier. 50 Abo, habe ich jetzt hier hingeschrieben. Und jetzt noch das F. Es ist natürlich nicht kleiner als die 5 zu Beginn. Ich kann übrigens jetzt ein Hamelsfleisch essen. Und den letzten Stein verzieren. Jetzt einmal kurz zerletzen, aber es regeneriert sich ja wieder. Die Sonne geht jetzt unter. Ich denke mal das Thumbnail verwenden. Und dann erstmal noch hier mit dem Abdraben hier. Und dann werde ich das Thumbnail fotografieren hier. Und dann werde ich das dann hier machen. Das heißt, deutliches Lied hier. F1 drücken und dann jetzt hier Screenshot. Und dadurch werde ich erst mal den Tag gleich beenden. Weil die Sonne ja sowieso untergeht. Werde ich nach Sonntag dann erstmal das beenden. 50 Abos. Obwohl hier muss der Blog noch weg. Aber das stört wahrscheinlich ja wenig langs Thumbnail. 50 Abos Specials. Und ich gehe nochmal kurz, dass wir die Sieb anpflanzen. Nein, nicht die Erde, sondern die Sieb anpflanzen. Ach, Sieb schon mal hier anpflanzen. Ohne Eisen habe ich jetzt das hingekriegt. Also Eisen hätte ich normalerweise gebraucht. Und jetzt setzt die Abenddämmerung ein. Ich weiß nicht, ich muss sowieso schon mal rein. Und ich bin jetzt schon seit 32 Minuten am aufzeichnen. Dadurch gehe ich jetzt mal rein und werde jetzt mit dem Schlafen den Part schon mal beenden. Ich hoffe mal, dass er euch gefallen hat. Das zeigt mir mit liken, teilen und abonnieren. Der Mond geht schon auf. Aber ich kann noch nicht schlafen. Jetzt kann ich aber schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Ich kann noch nicht schlafen.